Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu der nächsten SBC Burgwache ist heute rausgekommen, von mir aus heute, ich weiß nicht wann ihr das Video sehen werdet, auf jeden Fall nicht an dem Tag wo es rausgekommen ist. Burgwache, kriegen wir 15k Pack für, mal gucken was es wird, wir mussten ein Goldteam abgeben um ja zwei Dead Spiele, also so eine Totenspiele halt, die halt nichts bringen in dem Sinne, aber ja, wie dem auch sei von Newcastle und von SM Zahn, Kahn, keine Ahnung wie man die genau ausspricht, den französischen Club aufsehen, auf jeden Fall, ich hab hier hinten natürlich ne fast, also zwei Newcastle Innenverteidiger sogar gehabt, die low rated sind, ansonsten hier Ward als Strongling für, Gott, jetzt hab ich den Namen vergessen, ist ja auch egal, Clark, seht ihr gleich, ansonsten Montoya, dadurch in die spanische Liga gegangen und dann hier auf random halt reingekloppt, wir haben halt im Endeffekt nur neun Spieler benutzt, haben sechs Chemiepunkte mehr als wir brauchen, also ihr braucht mindestens drei Spieler auf Loyalität oder ihr nehmt halt hier alle drei Spieler von einem Verein meinetwegen, die keine Spanier sind, weil wir dürfen nur maximal drei Spanier hier einbauen in dem Sinne und deswegen müsst ihr hier dann alle aus einem Verein nehmen wenigstens, oder ihr geht hier vorne halt mit League A um Kahn und, League A um Kahn und, ähm, um den Premier League Keeper, so wie ich es gemacht hab mit einem Premier League Dings, wäre auf jeden Fall am günstigsten für die Chemie, aber ich hab's so gemacht, weil es für mich gereicht hat, achtet auf jeden Fall selber darauf, wenn ihr das nachbaut, dass ihr da Loyalität auf mindestens drei Spielern braucht, ansonsten geht es so nicht, außer ihr formt ihn um, da braucht ihr nur auf zwei Spielern Loyalität. Wie dem auch sei, das war die Challenge, wir geben das ab, ist ein kurzes Video und ich würd sagen, dann gehen wir rein in das Pack, eben gut luck gehabt bei den Top-Partien, weiß nicht, ob ihr die, ne, die werdet ihr später sehen, denke ich mal, schaut dann auf jeden Fall da, spielt auch mal vorbei in ein paar Tagen, wenn die kommen sollten, wir gehen rein in das 15k Pack, ich erwarte mir gar nichts, weil es ist halt nur ein 15k Pack, ne, von daher gucken wir, es ist kein Walkout, ich find's so schade, dass man das vorher sieht, wie dem auch sei, es wird kein Bildschirm, es wird ein deutscher ZM aus der Bundesliga, Sebastian Rudi, ja, nichts besonderes, nehmt ihr mit, damit würde ich sagen, Leute, war's das auch schon wieder von diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst mir einen Like und einen Kommentar da, ich würd sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, bis dann, haut rein und ciao!